Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich bin zurück aus den USA. An dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön an jeden Einzelnen da draußen von euch. Nicht nur, weil ihr so zahlreich beim Event der TwitchCon eingeschaltet habt. Ich wurde von Wargaming ja eingeladen, durfte meinen Kommandanten, den ich jetzt im Spiel bekommen habe, präsentieren, durfte dann quasi vom Wargaming-Stand aus den USA in San Diego streamen. Natürlich hat Wargaming mich jetzt offiziell eingeladen, aber ich weiß, dass ich das vor allem euch da draußen zu verdanken habe, die über die Jahre einfach den Kanal so heftig supportet haben, die immer am Start geblieben sind, die quasi meinen Content jetzt schon gute acht Jahre verfolgen. Also an der Stelle vielen, vielen lieben Dank, dass ihr auch am Start geblieben seid, als Wargaming mich nicht auf dem Zettel hatte und als ich quasi nicht von Wargaming supportet worden bin. Also wie gesagt, ich weiß, wie mich das zu verdanken habe, euch da draußen vielen lieben Dank dafür. Und heute soll es um das Thema Aiming gehen. Ich habe vor acht Jahren das letzte Mal ein Video zu dem Thema gemacht. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Wir werden uns über ein paar Spieleinstellungen unterhalten. Ansonsten ist das Video auch noch quasi ein gutes Stück weit gesponsort von Logitech, die mich jetzt ja auch auf der TwitchCon sehr großzügig unterstützt haben. Und jetzt am Samstag wird es auch noch mal einen großen Giveaway-Stream auf Twitch geben. Da könnt ihr auch gerne einschalten. Da werden wir auch einige Produkte von Logitech verlosen. Dazu kommen wir aber gleich noch, beziehungsweise auch so, wie kann euch Gaming-Hardware helfen bei besserem Aiming. Zunächst soll es aber erstmal um ein paar grundlegende Faktoren gehen. Es soll hier heute nicht um das Thema Munitionslehre oder Penetrationsmechanik gehen. Das sind Sachen, die ich jetzt hier an der Stelle einfach schon mal voraussetze. Ganz, ganz wichtig. Also wenn ihr zum Beispiel nicht wisst, was Spaced Armor ist. Wenn ihr nicht wisst, wie sich Heat oder HE-Munition gegen Spaced Armor verhält. Was Normalisierung ist, etc. Das sind alles Sachen, die eigentlich vorausgesetzt werden müssen, um sein Aiming auf ein hohes Level zu bringen. Darüber hinaus solltet ihr natürlich über eure Durchschlagskraft und die Schwachstellen der Gegner Bescheid wissen. Das sind alles Hausaufgaben, die ihr noch darüber hinaus machen müsst. Aber es gibt viele Sachen, gerade beim Thema Aiming, die man optimieren kann. Vielleicht auch, weil der ein oder andere, wie ich, älteren Semesters ist. Das heißt, die Reaktionen jetzt nicht mehr so da sind, wie sie noch mit Anfang 20 waren. Und man sich trotzdem in World of Tanks sehr gut helfen kann. Es ist natürlich kein Spiel wie Counter-Strike, wo es jetzt um mega krasse Reflexe geht. Aber man kann schon, wie gesagt, sehr viel tun über Einstellung, über Hardware, aber vor allem auch in Game über bestimmte Verhaltensweisen, die es euch ermöglichen, schneller gezieltere Schüsse abzugeben und vor allem auch die Ersttreffer-Wahrscheinlichkeit massiv erhöhen. Und RNG ist natürlich immer mit von der Partie. Da geht es dann natürlich auch über die Übersicht im Spiel. Das ist heute wieder kein Thema in diesem Aiming-Guide. Also Übersicht müsst ihr einfach mitbringen, um häufiger schießen zu können, um weniger in Situationen zu kommen, wo ihr wirklich auf diesen einen einzigen Schuss angewiesen seid. Also es ersetzt jetzt nicht eure Spielintelligenz in Form von Minimap-Awareness und allem drum und dran, sondern es geht letztendlich rein um die handwerklichen Sachen, die man beim Aiming verbessern kann. Und damit würde ich sagen, starten wir mal mit dem ersten Punkt. Und der ist eigentlich total simpel und trotzdem sieht man immer wieder, dass ihn viele nicht beherzigen. Und der lautet, jeder Schuss, den ihr nicht abgibt, der kann auch nicht treffen. Das heißt, wenn ihr in Situationen seid, wie zum Beispiel jetzt hier in der Anfahrt auf eine Position, es kommt euch was entgegen oder ihr spottet einen Gegner, dann ist es völlig legitim, auch mal einen Snapshot rauszuhauen, kurz zu gucken, ob man denn den Schuss machen kann. Und wenn man ihn denn nicht macht, ja mein Gott, dann ist es halt so. Darüber hinaus natürlich auch noch das Thema Blindschüsse. Seid vorbereitet auf bestimmte Positionen. Da geht es dann natürlich auch wieder so ein Stück weit darum, dass ihr mit eurem sechsten Sinn auch arbeiten müsst. Wenn ihr gesportet werdet, es geht die Lampe an, dann gibt es natürlich bestimmte Positionen, wo Gegner stehen können. Und ihr dann dementsprechend einfach die Büsche, die offensichtlichen Positionen mit Blindschüssen belegt, sodass ihr am Ende vielleicht von 10 Schüssen nur einen getroffen habt. Aber das addiert sich natürlich offen auf euer Konto auf. Also ihr solltet, wenn ihr wisst, dass in einer bestimmten Position oder in offensichtlichen Büschen jemand drinsteht, erstens das Ganze natürlich abäumen, falls er sich nochmal zeigt, also auch vorbereitet sein. Und dann natürlich aber auch solche Schüsse machen, mit Blindschüssen arbeiten. Wenn ihr in Positionen fahrt, dann auch einfach mal aus der Fahrt feuern. Egal wie unmöglich dieser Schuss sein mag oder wie ihr das empfindet, einfach mal den Schuss abgeben und am Ende werden dann die Treffer gezählt. Und wer weiß, vielleicht habt ihr dann ja ein, zwei mehr auf dem Konto, weil ihr einfach mit Blindschüssen gearbeitet habt und das machen viel zu wenige. Und es gibt auch viel zu viele Leute, die sich dann einfach nicht trauen, auch mal aus der Fahrt einfach abzudrücken und zu gucken, was denn am Ende des Tages dabei rumkommt. Und auch der zweite Tipp, den ich für euch am Start habe, der ist eigentlich total simpel und leider sieht man viel, viel zu viele Leute, die das nicht machen. Nutzt die rechte Maustaste. Die rechte Maustaste, wenn man die gedrückt hält, stellt quasi den Turm fest und ihr habt dann die Möglichkeit, freie Umschau zu halten. Ihr solltet immer, wenn ihr durch die Gegend fahrt, nicht wie ein Gefechtsfeldtourist durch die Gegend fahren, sondern euch schon im Vorfeld überlegen, wo als nächstes Gegner auftauchen werden, wo welche auftauchen könnten. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel um die Ecke fahren, dass dann hier in diesem Bereich schon Gegner sind. Ihr richtet also schon bevor ihr da überhaupt hinfahrt, den Turm in die Richtung aus, sodass ihr nicht mehr groß mit dem Turm nachjustieren müsst oder auch nicht mehr lange warten müsst, bis gerade bei langsamen TDs oder langsamen Heavys mit Turm der Turm dann mal ausgerichtet ist, sondern ihr bereitet euch darauf vor und habt den Turm dann quasi schon ausgerichtet. Wichtig ist für euch mit dem rechte Maustaste bedienen, also wenn ihr die rechte Maustaste gedrückt haltet, dann ist das nicht nur gut, um schon mal die Kanone in die richtige Ausgangssituation zu bringen, um dann das Feuer zu erwidern, sondern ihr haltet natürlich auch die Panzerung zum Gegner. Viele Leute sieht man, gerade Leute, die gar keinen Plan haben, da könnt ihr mal darauf achten. Wenn die dann anfangen rückwärts zu fahren, dann dreht sich automatisch auch der Turm rückwärts. Und das ist natürlich äußerst schlecht. Wenn ihr so wenig Bewegung mit dem Turm wie möglich macht, das heißt, euer Fadenkreuz geht dann auch nicht mehr auf. Das sind dann, da sprechen wir von Dispersion-Werten. Das heißt, der Wert, den das Fadenkreuz aufgeht, wenn ihr den Turm bewegt. Je besser die Werte natürlich sind, umso weniger müsst ihr darauf achten, aber gerade bei langsamen TDs oder langsamen Heavys habt ihr meistens auch dementsprechend schlechte Dispersion-Werte. Das heißt, das Fadenkreuz blumpt bei jeder Bewegung der Ketten und des Turmes wahnsinnig auf. Ihr könnt dagegen arbeiten, wenn ihr euch daran haltet, was wir hier gerade besprochen haben, indem ihr quasi schon mal den Turm in die richtige Ausgangsposition haltet und dann letztendlich den Gegner im besten Falle nur noch in euer Fadenkreuz reinfahren lasst, anstatt dass ihr jedes Mal völlig überrascht seid und dann den Turm erstmal in die Richtung reißen müsst, im besten Falle vielleicht sogar auch noch die Ketten, und ihr dann wieder zusätzlich warten müsst, bis dann die Einzelzeit euer Fadenkreuz zurückholt. Also ganz, ganz wichtig, macht euch schon immer, bevor ihr in eine Position fahrt, einen Kopf, haltet die rechte Maustasse gedrückt, lasst euren Turm, selbst wenn ihr freie Umschau halten wollt, weil ihr wissen müsst, wo fahrt ihr hin, was wollt ihr machen, dann trotzdem gedrückt und wie gesagt, wenn dann ein Gegner auftaucht, seid ihr meistens schon deutlich schneller zur Schussabgabe bereit. Wie gesagt, bei Counter-Strike nennt man das Ganze dann Pre-Aiming oder Up-Aim der Kanten. Auch da seht ihr dann keine großen Bewegungen mehr des Fadenkreuzes, sondern die Leute sind quasi immer schon auf die Stelle eingeaimt, wo als nächstes jemand um die Ecke kommen kann. Das reduziert auch eure Reflexe oder die Anforderungen an eure Reflexe, weil ihr, wie gesagt, gar nicht mehr groß operieren müsst. Ja, Punkt Nummer 3, auch relativ einfach eigentlich, aber auch viel zu viele Leute machen das nicht richtig. Der sagt, Snapshots sind okay, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, immer voll durchzielen, einen sicheren Schuss machen, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, erstmal den Turm ausrichten lassen, im besten Fall den Gegner in eure Kanone reinfahren lassen und dann, wie gesagt, einen sicheren Schuss machen. Wie gesagt, ich glaube, es gibt eigentlich keine Sache, die noch wichtiger ist in World of Tanks, als mit der Kanone den Schuss voll durchzielen, um dann sicher eure Schüsse zu machen. Es gibt dann Situationen, wo ihr trotzdem einen relativ schnellen Schuss abgeben müsst, weil das Ziel sich vielleicht wieder in Deckung bewegen kann. Also lasst euch jetzt nicht irgendwie verunsichern, Snapshots sind schon okay, so wie jetzt hier in dieser Situation. Der Schuss ist jetzt nur halb durchgezielt, aber die Batchett war auch schon dabei, wieder in Deckung zu fahren. Da sind wir wieder dabei, dass sich dazu auch perfekt Punkt 1 ergänzt. Jeder Schuss, den ihr nicht macht, der kann auch nicht treffen. Das heißt, in so einem Fall, wenn euch zum Beispiel jetzt ein Gegner wie die Batchett 12-Tonder überrascht, ihr dreht natürlich gleichzeitig eure Panzerung mit in seine Richtung, damit ihr nicht noch mehr kassiert. Er ist aber dann dabei, sich gerade schon wieder in Deckung zu bewegen und ihr seid noch nicht komplett durchgezielt, seid nur halb durchgezielt. Dann gebt ihr trotzdem den Schuss ab, um letztendlich auf Nummer sicher zu gehen beziehungsweise, dass ihr überhaupt eine Chance habt zu treffen, bevor er in Deckung fährt. Okay, also das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten, wenn ihr die Möglichkeit habt oder euch sowieso von einem Gegner, der direkt vor euch steht, schon einen Schuss gefangen habt, dann nehmt euch die volle Zeit, zielt den Schuss voll durch und macht einen sicheren Treffer. Ja, nahtlos anschließend an das Thema sichere Schussabgabe fügt sich eigentlich dann der nächste Tipp, den ich für euch dabei habe, Tipp Nummer 4. Und zwar immer am besten auf die Kette stellen den Gegner, wenn ihr die Chance habt, sogar Ketten plus Schaden. Zum Beispiel, wenn ihr auf so ein erstes Kettenrepp aimt, dann sollte das eigentlich in den meisten Fällen den Gegner auf Kette setzen. Wenn dann eine Härtung verbaut ist, braucht ihr häufig mehr als einen Schuss. Trotzdem solltet ihr euch angewöhnen, immer versuchen für die Kette zu gehen. Der Gegner wird dann, wenn er noch einen Reparatur-Kit hat, natürlich versuchen, seine Kette zu reparieren. Und ihr solltet dann mit dem nächsten Schuss auch wieder auf die Kette gehen, um dann euren Verbündeten natürlich auch noch die Möglichkeit zu geben, auf das Ziel zu wirken. Aber auf der anderen Seite natürlich auch für euch selber die Dinge einfacher zu machen, weil ein stationäres, nicht bewegendes Ziel natürlich immer einfacher zu treffen ist, als ein Ziel, was sich viel bewegen kann, was viel wiggeln kann. Also dafür ist es natürlich ganz, ganz wichtig, auch hier wieder durchzuzielen, die Ruhe in kritischen Situationen zu bewahren und dann, wie gesagt, immer versuchen, für die Kette zu gehen. Das hier ist ein ganz klassisches Beispiel dafür. Full AP, 705 Alpha, hat jetzt hier quasi repariert. Ich versuche selber zu wiggeln, bleibe in Bewegung, ich lasse ihn bouncen, lasse ihn jetzt kommen, lasse ihn wieder aufsitzen in mein Ziel, bin natürlich vorbereitet, habe meine rechte Maustaste gedrückt gehalten, während ich quasi mit meinem Panzer gegen seine Kanone gewiggelt habe. Er ist jetzt auf Kette gesetzt worden, 705 gibt ihm noch ein und jetzt kann ich in der Hitze des Gefechts natürlich deutlich besser arbeiten und damit habe ich mir jetzt nicht nur noch 748 Unterstützungsschaden mit einem geheimst, also wem es um die Gunmark geht, ist das natürlich auch ein sehr probates Mittel, aber vor allem habe ich dafür gesorgt, dass ein Full AP Tier 10 Heavy gegen mein 9er Medium jetzt hier in dem Sinne komplett versagt hat und wie er ihn, ja, dermaßen aus dem Leben geschossen hat, dass er sich nächstes Mal sich wahrscheinlich überlegt, das Ganze nochmal zu machen. Also immer aufs Kette, aufs erste Kettenrad gehen oder aufs letzte Kettenrad, immer versuchen, den Gegner für Schaden zu tracken. Wenn das gar nicht möglich ist, dann lieber den Gegner tracken, die eigenen HP schützen, selber in Bewegung bleiben, um dann den nächsten Kettenschuss zu setzen. Mit Autolodern geht das natürlich noch besser. Dafür braucht ihr natürlich ein einigermaßen ruhiges Aiming, dazu kommen wir aber gleich. Wichtig ist halt nur, dass ihr vorbereitet seid, mit der rechten Maustaste und ihr seht, da schließt sich dann der Kreis, schon vorgeaimt, den Schuss sicher machen, den Gegner auf Kette setzen, den Gegner retracken, so nennt man das, mit dem zweiten Schuss, wenn er denn nochmal reparieren kann, um ihn dann rauszunehmen. Und wenn ihr dann bis hierhin alle Tipps nachgemacht habt, beziehungsweise euch an diese Tipps gehalten habt, dann habt ihr schon einen eklatanten und erheblichen Vorteil gegenüber, ich würde mal so sagen, der Hälfte der World of Tanks Spielerschaft. Nachdem wir uns jetzt schon einen Teil der gamespezifischen Techniken angeschaut haben, die man mitbringen sollte, kümmern wir uns jetzt mal um ein paar technische Aspekte. Und zwar geht es weiter mit dem Punkt der Mouse Sensibility oder auch der DPI. Wobei DPI letztendlich nichts anderes ist, als Punkte pro Zoll, die die Hardwareempfindlichkeit einer Maus beschreiben, beziehungsweise wie denn die Maus eingestellt ist. Je höher du diese einstellst, also je höher der DPI-Wert ist, ich lese das hier gerade mal so parallel ab, desto stärker reagiert die Maus auf kleine Bewegungen. Soll im Prinzip bedeuten, wenn ihr zum Beispiel mit einer DPI von 2000 unterwegs seid und ihr eure Maus bewegt, dann reicht es eigentlich nur mit dem Zeigefinger die Maus schon anzutasten und die fliegt hier über den Bildschirm. Wenn man mit einer besonders niedrigen Sensibility spielt, also besonders niedrigen DPI-Wert, der niedrigste ist 400, dann muss man die Maus schon größere Bewegungen machen, damit überhaupt sich die Maus bewegt. Das bedeutet natürlich, erstens braucht man ein bisschen mehr Platz auf dem Mauspad, also man braucht dann vielleicht schon ein größeres Mauspad. Auf der anderen Seite kann man aber auch gerade in brenzligen Situationen deutlich gelassener und ruhiger agieren, weil man sehr viel präziser mit der Maus arbeiten kann. Wenn ihr eine sehr hohe DPI-Einstellung habt, dann habt ihr natürlich häufig das Problem in hektischen Situationen, wenn ihr euch erschreckt oder wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dass man extrem unruhig mit der Maus ist, weil man, wie gesagt, die Maus kaum unter Kontrolle bekommt. Deswegen empfehle ich, dass man von Zeit zu Zeit einfach versucht, mal seine Sensivity runterzubekommen. Wichtig für euch, ich meine damit nicht die Einstellung von diesen Arkad-Zielen und den Zielfremds-Uhr-Zielen. Da könnt ihr natürlich ein bisschen dran rumspielen, ganz klar, da kann man noch so ein bisschen Feinjustierung vornehmen, aber ich meine vor allem wirklich die Einstellung eurer Gaming-Maus und dazu kommen wir jetzt. Ja und auch wenn ihr sonst vielleicht relativ wenig Wert auf euer Equipment legt, ihr jetzt vielleicht auch nicht den Über-Gaming-PC habt, trotzdem gerne World of Tanks spielt, das ist glaube ich alles kein Problem, aber eine vernünftige Gaming-Maus, die zu einem selber passt, sollte jeder haben und bei einer richtigen, vernünftigen Gaming-Maus ist heutzutage eigentlich auch immer eine Software dabei, die ihr definitiv installieren solltet und dann habt ihr jetzt wie in meinem Fall zum Beispiel, ich habe die Logitech G502 Hero da beziehungsweise mittlerweile die Lightning Speed, aber die Einstellung ist letztendlich das gleiche und wenn ihr dann hier drauf klickt, das ist jetzt hier der G-Hub von Logitech Gaming und ihr geht hier drauf, dann findet ihr hier quasi die Einstellung, die ihr für eure Maus vornehmen könnt. Ihr habt bei den meisten Gaming-Mäusen dann auch zwei Tasten, einmal zum Runtergehen und zum Hochgehen, ihr seht das jetzt hier, ich taste jetzt hier, wenn ihr mal ganz kurz guckt, nur an der Maus selber rum, ich kann also quasi die vorausgewählten DPI-Stufen durchgehen. Ich habe jetzt hier relativ kleine Abstände gewählt, 400, 450, 500 und 550, falls ich denn mal die Maus ein bisschen schneller haben möchte, gerade bei sehr langsamen Panzern mit sehr langsamen Türmen, da fahre ich dann ganz gerne mit 550 DPI, bei schnellen Panzern mit sehr schnellen Türmen, wie zum Beispiel dem Leopard oder gerade den Leitz, da fahre ich dann nur auf 400 DPI. Man kann das Ganze natürlich hier auch hochstellen, ihr seht das, hier geht es bis 25.600 hoch, das ist natürlich nicht zu empfehlen, also wie gesagt, maximal 1000 würde ich sagen, jeder der über 1000 DPI unterwegs ist, der sollte definitiv sich dann mal überlegen, mit der Zeit ein bisschen runter zu gehen, weil ihr dementsprechend dann halt auch unruhige Bewegungen macht und so still eine so krasse Ruhe im Hand gelenkt, haben eigentlich die allerwenigsten, auch zum Beispiel bei den Counter-Strike Pro-Playern, der große Teil spielt wirklich mit einer sehr, sehr niedrigen DPI-Einstellung und nur ganz wenige schaffen es wirklich, kontinuierlich richtig krasse Leistungen, hier im Bereich von 1000 bis 2000 DPI zu bringen. Also wie gesagt, probiert es gerne mal aus, seid nicht sofort enttäuscht, wenn nicht am Anfang die gewünschten Ergebnisse da sind, man muss sich wirklich daran gewöhnen, weil man deutlich größere Bewegungen mit dem Handgelenk macht, also ihr müsst dann nicht mehr so und könnt quasi den ganzen Turm, sondern eure Bewegungen sehen dann tatsächlich eher so aus. Ja, das ist eine heftige Gewöhnungssache, ganz klar, aber letztendlich hilft es euch wirklich ungemein, probiert es aus in hektischen Situationen. Wichtig ist aber, dass ihr hier die Signalrate, das ist dann nämlich, das verwechseln auch viele, DPI ist nämlich nicht die Abtastrate, sondern die Abtastrate, das ist letztendlich, wie oft greift eure Maus über, jetzt hier zum Beispiel in dem Fall von der Logitech-Maus, hier unten ist dann quasi dieser Lichtsensor, der greift Informationen ab und gibt die an den PC weiter. Und wie oft dieser das tut, das richtet sich halt nach der Signalrate. Hier würde ich definitiv empfehlen, die höchste Abtastrate zu wählen, weil das dann halt auch die genaueste Abtastrate ist und das Ganze in Kombination sorgt dann dafür, dass ihr wirklich sehr, sehr präzise, selbst wenn ihr so einen leichten Taller in der Hand habt, wie ich, immer noch mit der Maus gut arbeiten könnt. Ihr könnt auch unterschiedliche Profile euch bei den Mäusen anlegen, also das ist jetzt hier nur ein Profil, ihr seht, ihr könnt hier bis zu fünf Profile euch anlegen und dann einfach mal ausprobieren und vielleicht sukzessive einfach in euren DPI-Einstellungen dann runtergehen. Ja, an dieser Stelle nochmal ein kurzer Dank an den Sponsor des heutigen Videos. Ihr habt es vielleicht im Intro gesehen, da habe ich das Thumbnail von vor acht Jahren gezeigt. Da hatte ich schon die Logitech G502 mit drin, damals war es noch die Pro Toys. Ich benutze die Maus, wie gesagt, seit zehn Jahren fast durchgängig. Ich habe immer mal wieder andere Mäuse ausprobiert. Es gibt natürlich auch von anderen Herstellern sehr gute Mäuse, aber alles in allem vom Preis-Leistungs-Verhältnis her bin ich mit der G502 einfach fast schon verheiratet und deswegen bin ich mega stolz. Damals habe ich noch keinen einzigen Cent dafür gesehen. Heute habe ich Logitech als Sponsoring-Partner, die mich auch unterstützen, an euch was rauszuhauen. Also eine Win-Win-Situation. Es sind bis zum 29. September noch die Logi-Playdays, wo ihr sehr gute, ja, Sparquoten einfahren könnt, wo ihr geiles Equipment zu einem günstigen Rabatt bekommt, ob ihr jetzt hier das Ganze in fanzigen Farben haben wollt. Es gibt hier Headsets, es gibt hier Tastaturen. Das hier wäre jetzt zum Beispiel die G502X Plus Gaming-Maus. Meine Maus ist das hier, plus meine Tastatur ist diese hier, die G915. Bei der G502X Lightspeed kabellose Gaming-Maus, was ich da besonders cool eigentlich finde. Im Übrigen, die gibt es auch in weiß. Das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Sieht sehr schnell sehr abgegrabbelt aus. Ich würde sie mir, wenn dann schon sehr, sehr doll empfehlen, in schwarz die zu holen. Was ich hier sehr cool finde, ist, dass trotzdem Kabel dabei ist. Also ihr könnt kabellos unterwegs sein. Wenn ihr aber lieber doch das Kabel haben möchtet, sie funktioniert quasi auf beide Weisen. Ihr habt vorne einen Kabelanschluss und ihr habt quasi die Möglichkeit, sie auch kabellos zu nutzen. Ich mache das immer so, wenn ich irgendwie am Laptop unterwegs bin, dann nutze ich die mit einem kleinen USB-Stick. Wenn ich an meinem PC sitze, seht ihr, dann habe ich das Kabel dran. Wichtig ist dabei auch noch vielleicht zu betonen, dass die Maus mit Gewichten kommt. Das heißt, ihr könnt hier hinten Gewichte reintun. Wer also große Pranken hat, ich würde sagen, dass ich schon relativ sehr, sehr große Hände habe. Deswegen kommen für mich da auch gar nicht so kleinere Mäuse in Frage. Und ansonsten mag ich das auch, wenn mir die Maus so ein bisschen Feedback gibt in Form von Gewicht, dass ich was in der Hand habe. Deswegen kann man da auch noch kleine Gewichte mit reinmachen, dass das Ganze noch ein bisschen angenehmer vom Feeling her ist. Also das bleibt da jedem selber überlassen. Es gibt hier auch noch kleine Tastaturen, günstigere Varianten, günstigere Headsets, aber alles in allem, wie gesagt, die Logi Play Days, die lohnen sich von den Angeboten schon. Schaut gerne mal in den Link vorbei, der ist sowohl in der Videobeschreibung als auch in den Kommentaren angepinnt. Und wie gesagt, wenn ihr schon an allem anderen spart, eine geile Gaming-Maus, die sollte schon jeder haben, vor allem auch mit der richtigen Software dazu, dass ihr euch das Ganze mit der DPI, was ich euch gerade gezeigt habe, auch programmieren könnt. Und auch der nächste Tipp hat was mit Einstellungen zu tun, und zwar die richtigen Game-Einstellungen zu finden, um ein besseres Aiming zu erzielen. Und da will ich euch jetzt mal ein paar mit auf den Weg geben, wo man immer wieder sieht, dass das Leute entweder gar nicht eingestellt haben oder falsch eingestellt haben. Wir fangen bei den Einstellungen mit den allgemeinen Einstellungen an. Und da ist eine wichtige Sache, die viel zu viele Leute falsch machen, dynamische Kamera. Dieser Haken darf auf gar keinen Fall drin sein. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr den hier rausnehmt. Zweitens, die optischen Effekte im Zielfernrohr, die sollten auch deaktiviert sein, also der Haken rausgenommen. Probiert es einfach mal aus, macht beide Haken rein, macht beide Haken raus und ihr werdet einen enormen Unterschied feststellen, gerade bei der dynamischen Kamera. Zusätzlich solltet ihr meiner Meinung nach einen glatten Kamera-Zoom aktivieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Dazu sollte dann definitiv noch die horizontale Stabilisierung im Zielfernrohr-Modus aktiv sein. Auch das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst euer Fadenkreuz immer auf- und abspringt mit den Bewegungen des Panzers. Also hier definitiv die horizontale Stabilisierung anmachen. Wie gesagt, extrem wichtig. Probiert es sonst auch gerne, wenn ihr es mir nicht glaubt, mal die Unterschiede aus. Ansonsten ist noch eine Sache, relativ wichtig, das Server-Fadenkreuz. Ihr seht, ich habe das hier deaktiviert. Man kann es aktivieren, wenn man eine sehr, sehr gute Verbindung hat, wenn die Server nicht laggen. Aber ihr werdet merken, dass euer Fadenkreuz dann sehr schwammig ist. Was ist das Server-Fadenkreuz? Letztendlich, wenn ihr den Haken hier aktiviert, dann bedeutet das, dass quasi das Spiel, euer Fadenkreuz überlegt mit dem Fadenkreuz, wie der Server das gerade berechnet. Da ist immer so eine kleine Differenz drin, das heißt, es ist immer nicht hundertprozentig exakt und man kann letztendlich diese 100% erreichen, indem man hier das Server-Fadenkreuz aktiviert. Das Fadenkreuz wird dann schwammiger, aber ihr könnt euch zumindest sicher sein, dass euer Fadenkreuz, so wie es auf dem Monitor für euch angezeigt wird, dann auch immer präzise da berechnet ist, wo es gerade ist. Aber letztendlich bringt das halt den Nachteil, dass sich das Aiming nicht so ganz smooth anfühlt. Wenn ihr häufig feststellt, dass ihr der Meinung seid, ihr seid ja voll drauf auf dem Ziel, gerade bei Snapshots und so und die Schüsse aber nicht mal ansatzweise dahin fliegen, wo ihr denkt, dass sie eigentlich sein sollten, dann probiert einfach das Server-Fadenkreuz mal aus. Da sollte man sich aber schon irgendwie so 10, 20 Gefechte Zeit nehmen, um sich da ein bisschen auch dran zu gewöhnen, weil das Fadenkreuz dann wie gesagt dementsprechend schwammig wird. Also hier definitiv mal ausprobieren. Ansonsten ist auch bei den Grafikeinstellungen einiges denkbar bzw. einiges Pflicht. Anderes wiederum Schmuck am Nachthemd. Wichtig ist hier, dass die Bewegungsunschärfe immer auf Aus ist, weil ihr ansonsten immer ein schwammiges Bild habt. Ihr habt halt dann das Problem, dass das Game versucht möglichst realistisch zu sein und wenn ihr euch dann bewegt, alles unscharf wird. Das hilft euch natürlich beim Zielen extrem gar nicht. Deswegen das hier immer auf Aus. Wichtige weitere Punkte, die man vielleicht runterfahren sollte oder ausstellen sollte, sind die zusätzlichen Effekte beim Zielfernrohr und die Qualität zusätzlicher Effekte. Das ist dann Rauch, das ist dann auch, wenn irgendwo was brennt, dass ihr dann noch so verschwommenen Dampf habt, der so aufsteigt. Wenn ihr das alles nicht wollt, dann solltet ihr das hier komplett alles ausstellen. Ich sage immer so ein bisschen, was fürs Auge sollte auch dabei sein. Man möchte ja auch, dass das Game einigermaßen ansprechend ist. Für euch nur wichtig, je mehr von diesen Effekten ihr habt, umso mehr Ablenkung habt ihr natürlich auch, wenn es darum geht, sichere, präzise Schüsse zu setzen. Gerade wenn da noch Panzerwracks stehen, wenn dann noch ganz viele Panzerwracks brennen, dann ist es manchmal gar nicht so einfach, die Gegner auch zu erkennen oder zu sehen, wo man hinschießen kann. Also da, wenn ihr da feststellt, dass euch das häufig irritiert oder euch das einfach zu viel auf dem Bildschirm ist, an Explosionen etc., dann diese Qualität bei den Effekten definitiv ausstellen oder runterstellen. Alles andere kann eigentlich schön bleiben. Grasdichte bedeutet im Prinzip nur, dass ihr mehr Gras habt. Auch das kann euch beim Zielen hindern. Gerade auch Gras im Zielfernrohrmodus. Ich habe es an, weil es einfach schöner aussieht. Aber definitiv mal den Haken hier rausnehmen und dann ausprobieren, wie es dann für euch funktioniert. Ihr habt dann halt nicht mehr die Ablenkung, dass dann irgendwie Grashalme wedeln oder so oder dass ihr der Meinung seid, ihr könnt noch gar nicht schießen, weil da jetzt noch Gras euch die Sicht behindert. Also auch hier, den Haken kann man definitiv gut rausnehmen, um dann letztendlich besser zielen zu können, weniger andere optische Einflussfaktoren zu haben. Und dann zu guter Letzt gibt es noch eine wichtige Einstellung und zwar bei Visier. Nicht nur, dass ihr euch natürlich für euch ein Fadenkreuz einstellen solltet, wie ihr das braucht. Das könnt ihr hier alles machen. Ich denke immer mit Durchschlagsanzeige ist ganz gut. Nicht zu 100% darauf verlassen, weil es häufig die Winkel nicht mit berechnet. Aber es macht schon Sinn, in eurem Zielfadenkreuz dann auch eine Durchschlagsanzeige mit dabei zu haben. Das ist jetzt Arcade. Arcade bedeutet also Third-Person-Ansicht. Zielfernrohr wäre dann, wie ihr das aus der Schützenansicht seht. Aber ihr seht, ich habe an beiden den Zielpunkt mit Durchschlagsanzeige. Ihr seht, hier könnt ihr ganz viele verschiedene Zielfernrohre euch ausprobieren beziehungsweise ganz viele Crosshairs ausprobieren. Da solltet ihr definitiv ein bisschen dran rumspielen, dass ihr einen findet, der für euch passt. Ansonsten seht ihr hier, welchen ich eingestellt habe, wenn ihr meinen übernehmen wollt. Aber das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist Umrisse. Ganz, 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 ganz wichtig. Und zwar hat Wargaming neue Features in das Spiel eingeführt, schon vor einiger Zeit. Umrisse bedeutet im Prinzip, dass ihr das so einstellt. Hier könnt ihr euch dann selber aussuchen, wie es angezeigt werden soll, ob jetzt hier gepunktet oder keine. Aber ich habe es letztendlich so eingestellt, das ist der durchschlagbare Bereich, aber Hinterkisten zum Beispiel oder Fässern oder was auch immer euch im Weg stillen könnte, wo ihr durchschießen könnt, das wird dann gepunktet angezeigt und ihr wisst aber, ihr könnt da trotzdem hin- und durchschießen. Diese rote Umrandung, die seht ihr halt immer dann, wenn ihr mit dem Fadenkreuz auf einen Gegner zielt und für euch wichtig ist dann, dass ihr den nicht durchschlagbaren Bereich für euch markiert. Hier ist es jetzt gefüllt, ihr könnt ihn natürlich auch straffieren. Ich persönlich finde, in der Hitze des Gefichtes ist es besser, den gefüllt zu haben. Und was bedeutet das? Das bedeutet im Prinzip, dass ihr diesen ganzen Bereich, der hier rot dargestellt ist, nicht durchschlagen könnt. Warum? Weil ihr seht, dass der Panzer hier in dem Bereich hinter einem Stein steht. Also dieser ganze Bereich, den kann man nicht treffen. Das ist eine mega wichtige Information für euch. So könnt ihr dann euch auf den Bereich fokussieren, den ihr treffen könnt und dann in diesem Bereich euch eine Schwachstelle raussuchen, die ihr beschießen möchtet. Also ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug hängen. Wichtig ist, dass ihr das hier auf vereinfacht stellt. Bei Standard wäre das dann so. Bei Standard habt ihr dann bei diesen 3D-Skins auch noch das Problem, dass auch bei den Umrandungen halt hier dieses Maschinengewehr zum Beispiel mit dabei ist. Das ist alles natürlich wieder Optik, die euch irritieren könnte. Das heißt, stellt das Ganze hier auf vereinfacht und die ganzen Sachen, die überhaupt nicht zu dem Panzer dazugehören und auch nicht gerendert werden, beziehungsweise keine Hitbox haben, die werden dann ausgeblendet und nur die tatsächliche Hitbox wird euch dargestellt und wenn ihr das hier unten dann auch noch die Hindernisse vernünftig eingestellt habt, dann wisst ihr, okay, hier könnt ihr nicht drauf schießen, weil da ein Hindernis vor ist, das ihr nicht durchschlagen könnt. Hier habt ihr ein Hindernis, was ihr durchschlagen könnt, reduziert natürlich aber eure Durchschlagskraft und hier habt ihr dann letztendlich den Bereich, wo ihr den Panzer sauber treffen und durchschlagen könnt. Also eine ganz, ganz wichtige Einstellung in meinen Augen. Das sind so die In-Game-Einstellungen, wo ich definitiv Potenzial sehe, falls ihr das da nicht korrekt eingestellt habt, wo ihr nochmal eine ganze Menge für euer Aiming rausholen könnt. Und auch darüber hinaus gibt es noch zwei Sachen, die ihr unbedingt einstellen sollten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort was mit dem Aiming zu tun haben, die euch aber gute Hilfsmittel bieten, um quasi gut kämpfen zu können. Zum einen ist das eine Sache, die findet ihr unter den Einstellungen direkt bei Allgemein. Wenn ihr hier runter geht, seht ihr quasi den Richtungsstrahl für Kameraanzeigen. Ihr seht, dass bei mir der Haken drin ist. Ihr seht hier diesen gelben Strahl auf der Minimap. Wenn ihr da den Haken rausnehmt, dann seht ihr, ihr habt ihn nicht mehr. Ihr wollt den aber unbedingt drin haben. Warum? Dazu komme ich gleich noch. Ja, aber wichtig ist, dass ihr sicherstellt, dass der aktiviert ist. Warum der wichtig ist, da kommen wir gleich noch dazu. Ansonsten jetzt nochmal bei den Gefechtsbenachrichtigungen reingehen und dann sicherstellen, dass ihr das so eingestellt habt, dass ihr hier beim Typ erweitert habt, dass euch kritischer Schaden, Freundbeschuss, alles mögliche hier angezeigt wird. Also ihr solltet hier im Prinzip das hier genauso übernehmen, wie ich das gemacht habe. Warum? Weil es nämlich euch die Richtung anzeigt, aus der ihr beschossen werdet, von wem ihr beschossen werdet und das gibt euch die Möglichkeit, besser blind zurückzuschießen, genau in die Richtung, aus der ihr beschossen worden seid, indem ihr quasi euren Cursor, euer Zielfernrohr, dann mit dieser Benachrichtigung übereinlegt und dann dementsprechend bereit seid, das Feuer blind zu erwidern. Also zwei ganz, ganz wichtige Punkte, die noch bei den Einstellungen für euch machbar sind. Ansonsten wollen wir uns jetzt hier damit beschäftigen, turmlose TDs und Autoloader. Bei den turmlosen TDs ist ganz klar zu sagen, dass es durchaus Sinn macht, das Auto-Aim von Zeit zu Zeit zu nutzen. Und ich sage euch auch warum. Wir haben jetzt hier zum Beispiel mit dem E25 einen turmlosen TD, der relativ schnell ist, der relativ schnell dreht. Wir haben auch noch weitere andere turmlose TDs, die eine sehr hohe Drehgeschwindigkeit haben. Ich denke da zum Beispiel an sowas wie einen WZ-120, also den Premium 8er TD der Chinesen. Dann haben wir natürlich andere TDs, die eher langsam drehen, wie zum Beispiel einen Jagdpanzer E100 oder einen T110E3. Warum das Auto-Aim? Weil ihr das Auto-Aim in hitzigen Situationen nutzen könnt, wenn ihr euch erstmal darauf konzentriert, wo ihr hinfahrt, um dann letztendlich den Panzer selber ausrichten zu lassen. Soll jetzt nicht heißen, dass ihr dann auch das Feuer mit Auto-Aim eröffnet, sondern letztendlich bedeutet das eigentlich nur, dass ihr Auto-Aim als Hilfe benutzt, um quasi den Panzer schon in Richtung des Ziels ausrichten zu lassen. Oder letztendlich dann aber auch, wenn ihr in den Angriffsmodus geht, dass ihr dann Auto-Aim benutzt, wenn ihr wisst, ihr könnt eh durchschlagen, um quasi auch hier wieder so schnellstmöglichst die Schüsse abgeben zu können, ohne dass ihr die Übersicht verliert. Ganz, ganz wichtig. Und das ist ein weiterer Tipp, den ich für euch habe. Ihr solltet im besten Falle nach jedem Schuss die Schützenansicht verlassen. Ihr seht das bei mir auch immer. Viele fragen immer, warum ich während oder nach jedem Schuss aus der Schützenansicht wieder rausgehe. Und das machen leider auch viel zu viele Leute falsch, so ist richtig, dass sie in ihrer Schützenansicht die ganze Zeit verharren und sich nicht die Möglichkeit nehmen, danach wieder Umschau zu halten. Bei einem Panzer wie dem E-25 mag das jetzt vielleicht noch nicht so wirklich ins Gewicht fallen, weil der E-25 halt auch ultraschnell feuert. Bei Autoloadern mag das jetzt auch nicht so wichtig sein. Da kann man vielleicht auch, wenn ihr einen schnellen Intraclipp-Reload habt, quasi in der Schützenansicht bleiben, um alle Schüsse schnell hintereinander rauszuhauen. Aber bei allen anderen Panzern solltet ihr durchaus, ihr seht auch immer, ich nutze ja immer das Auto-Aim, um meinen Panzer direkt auszurichten, um dann feuerbereit zu sein. Warum nach jedem Schuss aus der Ansicht wechseln? Weil es durchaus immer sein kann, dass man dann irgendwann dazu tendiert, gerade wenn man schon mehr Gefechte am Abend gespielt hat, dass man in diese Art von Tunnelblick gerät. dass ihr dann da mit einem 25-fachen Zoom oder jetzt hier in dem Fall 16-fachen Zoom steht und vielleicht gehen irgendwo anders interessantere Ziele auf, bessere, einfacher zu durchschlagende, wichtigere Ziele, einen Panzer, den ihr gar nicht gesehen habt, der gerade auf euch zielt, weil er um die Ecke gekommen ist. Also es gibt so viele Variablen, die quasi zwischen der Schussabgabe und dem nächsten Schuss passieren können, die ihr gar nicht auf dem Schirm habt. Übrigens jetzt hier wieder das Thema mit den Kettenschüssen. Wichtig immer auf die Kette zählen, sensibilisiert euch dafür, gerade wenn ihr gejodelt werdet, immer den Gegner auf Kette stellen, wenn er repariert, direkt wieder nochmal auf Kette stellen und dann rausnehmen. Und ich hoffe, dass das auch klar wird von den ganzen Punkten, die ergänzen sich natürlich alle. Es ist nicht alles für sich einzeln stehen, sondern wenn ihr die ganze Palette abspielt, dann habt ihr schon einen wahnsinnigen Vorteil. Kommen wir aber nochmal zurück zu dem Punkt, den ich gerade noch dabei war, auszuführen. Also ganz, ganz wichtig für euch, wenn ihr letztendlich dann das Auto-Aim benutzt, den Panzer ausrichten lasst und ansonsten wichtig für euch auch immer, dass ihr ordentlich vorhaltet, auch ganz klar, aber das ist dann letztendlich auch Übungssache, dass man so ein gewisses Gespür dafür bekommt. Und trotzdem letztendlich unterm Strich fällt alles damit, wie ihr diese ganzen Punkte miteinander verbinden könnt und dass ihr natürlich dann im besten Falle nach jeder Schussabgabe wieder erstmal in die Rundumschau geht, guckt, ob sich bessere Ziele präsentieren. Also als letztes möchte ich mit euch noch über Schüsse auf weite Entfernung sprechen. Das ist jetzt hier zum Beispiel einmal der Fall. Ihr seht hier diesen gelben Kreis. Ja, dieser gelbe Kreis ist die maximale Darstellungsentfernung in World of Tanks, aber auch darüber hinaus kann man noch Ziele, ich glaube, bis zu 750 Meter treffen. Die maximale Darstellungsentfernung hier in World of Tanks sind meines Wissens nach 550 Meter. Ganz genau weiß ich das auch immer nicht, aber es sollten, glaube ich, 550 Meter sein und bis zu 750 Meter könnt ihr noch Gegner treffen. Falls ich falsch liege, korrigiert mich bitte. Das spielt jetzt aber auch gar nicht so eine entscheidende Rolle, sondern es geht jetzt hier darum, Ziele außerhalb der Darstellungsreichweite zu treffen. Und jetzt kommen wir zu der Einstellung, die ich euch gerade eben gezeigt habe, und zwar dieser Sichtstrahl auf der Minimap. Wenn ihr wisst, da an diesem Stein, wo wir vorne hinziehen, steht ein Tiger, dann legt ihr euren Sichtstrahl da drauf und könnt im besten Falle mit Blindschüssen agieren, hinter Steine. Ihr seht aber auch, ich gebe hier gerne mal so einen Blindschuss ab, ich korrigiere dann wieder, ich schaue mich um, ich schaue, ob hier wichtigere Ziele sind und im weiteren Verlauf kann man dann immer mal wieder gucken, wenn dann auf der Minimap außerhalb der Sichtdarstellungsreichweite, wie auch immer man das so nennt, hier auch immer mal korrigieren, ist da jemand hinter. Jetzt habe ich natürlich verpasst, da auf den Skorpion zu schießen. Ich mache trotzdem den Snapshot, da sind wir wieder bei Punkt 1. Jeden Schuss, den ihr nicht abgebt, der könnt ihr auch nicht treffen und vielleicht habe ich ja Glück und auch völlig uneingezielt geht mein Schuss in die richtige Richtung. Jetzt seht ihr hier, auch das für eure Blindschussgeschichte noch mal ganz wichtig, wenn ihr hinten keinen Splash seht, dann ist eigentlich die Chance, dass ihr hier den Panzer gerade trefft, relativ gut. Also es sei denn, das ist jetzt viel zu weit weg, dann ist die Chance eher nicht da, aber ansonsten, wenn ihr keinen Splash im Zielfernrohr seht und ihr seht jetzt hier auch, ich lege quasi gerade wieder meinen Sichtstrahl über die Entfernung zum Tiger, ja, auf die letzte Position vom Tiger und versuche da jetzt die ganze Zeit hinter den Steinen zu treffen und Fun Fact, die ersten zwei Schüsse haben getroffen, die letzten jetzt hier tatsächlich nicht mehr beziehungsweise sind nur noch kritische Treffer gewesen. Witzigerweise war es aber auch nicht der Tiger, den wir hier blind getroffen haben, sondern hinter dem Stein stand noch ein IKV, der zuletzt im Süden aufgegangen ist. Jetzt hier einfach mal um den Postgame-Stats vorzugreifen. Also das sind im Prinzip meine zehn Tipps für euch, gerade auch jetzt nochmal mit den Spieleinstellungen, mit dem Schießen auf weite Entfernung, dann natürlich aber auch das Umschauhalten nach jedem Schuss, das Ausrichten mit Auto-Aim, es ist auch überhaupt nicht verwerflich, wenn ihr sicher seid, dass das ein Gegner ist, den ihr mit Auto-Aim bekämpfen könnt, auch bei Autoloadern, die zum Beispiel sehr schnell unterwegs sind, na, Badjet, Charfotur, den Leitz, Autoloader Leitz, dann kann man schon mal Auto-Aim benutzen, ihr müsst halt nur wissen, dass Auto-Aim immer mittig auf den Gegner geht, also ihr damit keine gezielten Schüsse machen könnt, das heißt, der Gegner, gegen den ihr da fightet, der sollte im besten Falle ein Auto-Pen sein und von euch überall zu durchschlagen sein. Bei allen anderen immer daran denken, lieber statt Auto-Aim auf Kettentreffer setzen, Auto-Aim macht eigentlich nur dann Sinn, wenn es euch beim Fahren hilft, also entweder in einer schwierigen Situation mit eurem schnellen Panzer durchmanövrieren und im besten Falle noch ein paar Schüsse mitnehmen, aber es ist wichtiger, sich dabei aufs Fahren zu konzentrieren oder bei turmlosen TDs, das Ausrichten schon mal der Wanne, um dann die Schützenfunktion wieder selber zu übernehmen. Das sind probate Aktionen, wo Auto-Aim definitiv hilfreich ist und Sinn macht, wo macht es keinen Sinn, wenn ihr mit einem Heavy auf einen anderen Heavy mit Auto-Aim mittig irgendwo frontal draufschießt, das ist absolut hirnrissig und da sind wir wieder bei dem Thema, nehmt euch dann lieber die Zeit für den Trackshot, wir haben es eben am Beispiel vom 705A gesehen, stellt den Gegner auf Kette, stellt den Gegner nochmal auf Kette und farmt ihn dann bis zur Besinnungslosigkeit ab. Ich hoffe, ich konnte euch an dieser Stelle ein paar Tipps mitgeben, ich hoffe, da war das ein oder andere Hilfreiche für euch dabei, wenn ja, lasst es mich gerne mit einem Daumen nach oben sehen und ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr der Meinung seid, dass ich bei bestimmten Sachen Quatsch erzählt habe, auch dann gerne konstruktive Kritik in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, checkt gerne die LogiPlaydays aus, an der Stelle nochmal Dankeschön an Logitech für die Unterstützung und ansonsten bis zum nächsten Mal. Haut rein!